Hallo und Willkommen zu heute noch in Folge Pläne und ich bin Graus Wir haben einen Trottel wieder bei uns im Team aber es wird sich schon vorher weil er ein Vollidiot ist ich hasse es mit randoms zu spielen Er ist ein Vollidioten Ich bin Graus Nein. Komm. Toll. Ja, wow. Toll. Ich bin der beste Spieler. Sorry. Nee. Ich hab nichts. Nur nicht mal eine Waffe. Eine Nahkampfwaffe. Danke. Durchschnitt. Jetzt bin ich dran. Wie toll. Wie toll. Wie toll. Wie toll. Wie schnell. Wie toll. Wie toll. Wie toll. Wie toll. alles klar, voll Idiot sorry Schöne Regen, wie wir es haben. Schön, dass man an das Flugzeug gegen mich auch nicht mehr sieht. Hä? Wo ist denn eine Drop gelandet? Ist anscheinend wohl schon sehr 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 weit weg. Was ist das? Was ist das? Er ist nicht. mh 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 wie ist das? geh 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 Anne mei, Anne mei Anne mei Anne mei Anne mei Anne mei Anne mei Damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Lernen und Wavegrounds. Ciao, ciao!